und willkommen jetzt wieder zu der letzten platz in destroy all humans 2 im zweiten stream so diesmal klappt der anfang auch besser ich habe es nicht verpennt im gegensatz zum 1er also erstes video und dann genau schauen wir uns mal was da jetzt heute noch geht ich denke mal schon einiges mehr bei city jetzt mal genau hier stehen geblieben hier mit dieser landezone ja da gibt es ein paar sachen hier immer noch zu tun und dann und da also gerade unter anderem hat hier neben jobs so nicht wieder sagen gleichzeitig lesen und dann schauen wir den rest auch noch so da vorne rechts das andere ist das nächste ja ja das ist auch noch so ein ding ja skyport ob das jemals wird naja mal schauen genau die kollektores geht nach wie vor nicht weil die jackpeck nach wie vor nicht auf maximum ab ja geht er nur so hoch aus mal aber dennoch dauert sie weiter nach wie sehr ruhig mensch glaube ich so so da ist es wirklich nach wie vor nicht so hören kann welche das alles hier mehr oder weniger skippen weil das ist aber ja auch nicht äh 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 bisher kaum ein spiel woher sagen musste ja die sprachausgabe geht gar nicht die sprachausgabe geht gar nicht das ist es aber die sprachausgabe geht gar nicht so jetzt die 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 da Was ist das? Was ist das? Gott, ich würde mich für einen Schauern töten. Aber sie haben mich nie zu Ende davon gehört. Warum machen wir Mädchen? Warum machen wir Mädchen? Warum machen wir Mädchen? Warum machen wir Mädchen? Okay, jetzt sind die Lüder und ich bin schon weg. Hey, Mann! So, nein, Böger! Oh, Rainbow, du bist du, was? ... ... Oh, mal, wo ist da ein Mann? Mothership? Sweet, sweet backs at the Bijou tonight! Melvin, you sexy chocolate badass! Hey man, what can I do? So, uh... No, we'll bug off, man! The Free Love Youth Party is invitation only! Oh, you're the f- Rainbow honeysuckle? But dream on, man! Look at her over- I'll beat it, will ya? We got free- Hmm. We got free- Couldn't we at least wear socks? Would that be so bad? Now that artists are running movie studios, this new golden age of a m- I don't care what she says, I'm not letting Ruth Gordon take away my d- Sheikomore is so foxy! If only I can wear him on a t-shirt! Hey man! Snow bug off! Oh, Rainbow! I'm beat it! No, this gets on it! It's okay! What's for a shit? We got a nice surprise! Whatever you say, baby! I am so in the mood! Du bist der König der Mischung! Du kannst mir alles machen! Das ist alles? Ich weiß nicht. Oh, sicher. Das macht einen Blatt aus. Just call me Genie, Major. Boy, I've been a naughty girl. I let my knickers down. Move along, junkie. You all right, man? OK. Oh. Hey, man. You know, William, but, well, witchy, eh, eh. Ah, OK. Jetzt geht's. Dynamitfishing war super. Ratsfast level ups und so. Hey, Raym. Hey, no. Look who you led, are you? Ah, oh, bye, right up. You are. You are. For it. Stop. Sehr schön. What's the frequency, Kenneth? Nein, eigentlich. Äh, welche Dinger hier sind so, hm, ja. Recht vage formuliert, nenne ich es mal so. Hä, hä, hä. Ich geh ja da runter, hm. Oh, my God. It's LBJ! Ist da lang? Oh, my God. Ja, dann gehen wir einfach nur zwei, ne. Also, viel waren es ja nicht. Bei dem Spiel kommen die meisten der Fan direkt hintereinander eigentlich dann, äh, gegen Ende dann. Weil alles upgraden, alle Missionen abschließen und so weiter, ne. Die kommen dann eher alle da. Das ist nicht da, rechts. Ja, die kommen ja halt definitiv wieder regelmäßiger. So. Also, ich geh ja schon mal nebenbei. So. Nur mal so ein paar hinführen, ja. Oh, bestimmt auch noch. Oh, boah, jetzt ist dem anderen mit. Nein. Den auch. So. So. Geht nochmal irgendwas? Wir zwei gehen. Ne. Was war denn dieses Samstag? Ach, wieder arbeiten. Servus, Fisch. Hab ich schon gesagt, ne. Egal. Äh, ja. Ich schau wieder so weiter. Brutal. Oh, ja. Diese Kack-Mission. Es kann ja jetzt nicht sein, dass ich ihn nicht schaffe. Hä, hä, hä. Was? I. No. We. 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 vermasselt sind. Und das Böde ist auch noch zusätzlich, wenn du hier bei dem Spiel oft stirbst. Das ist erstmal kein Ding, aber der Entwort wird umso stärker. Denn umso mehr live, umso öfter du stirbst im Spiel. Natürlich ist das an sich auch eine gute Mechanik. Aber ja, auch nicht gerade dann ohne. Verdienen die Mission hier darf ich jetzt. Wie viele Server dich haben? Ich meine zu Not, ich werde es jetzt noch einmal probieren, vielleicht noch zweimal maximal. Sonst höre ich halt die Untertaste am Maximum hochleveln. Oh, ja. Wäre doch so blöd. So. 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 Das ist dein Vater! Total. Ich weiß nicht, wo du bist, Herr, aber es ist nicht alle drei. Listen hier, du Pilgrat-Royal! Ich kenne dich! Das selten, blöden Planet, ich bin auf zehn Jahre! Ich bin auf Planet Earth! Ich bin auf Planet Earth! Es ist ein Punkt. Und ich brauche, eine Mothership zu retten, und ich bin auf den Weg zu retten. Das ist ein Punkt! Ah, Herr, der Kontrollverläufer hat einen Blick auf die Brink-Kolle. Ich bin auf jetzt. Incompetent, Unterling! Der Kontrollverläufer, kommen Sie bitte. Das ist von der Osten. Ich bin der Kommandante von Furon-Empire. Meine Mission ist, um herauszufinden, und herauszufinden, Ihre Furon-DNA ist auf der Ebene der Kompetenz! Meine Mothership wird verletzt, und ich brauche sofort eine Unterstützung! Oh, nein! Oh, nein! Das ist Admiral Cyclosporiasis. Was ist Ihre Situation? Oh, Admiral! At Last! Ich kann confirm, dass die Erde ist richtig mit Fueron-DNA und ist eine riesige Fueron-DNA Ich habe sogar sogar eine Fueron-Warrior-Klone mit Funktionalität! Ah, das Heilige Kontrollverläufer! Das ist unglaublich, Bugs! Ich werde die Mothership im Moment um zu retriebe Ihnen die DNA-DNA-DNA-DNA-DNA-DNA-DNA-DNA-DNA. Was er dort kommt? Ich werde ich die 9outelle. Sie sind auch immer, die Alleinwelt vom Saudi-U fe � 50er Mikro Zu mir zu retriebe Ihnen. Und jetzt in der programming, Sie wollen mache Peg monastery ein andere Mothership in Sektor 13, und die Sachen nehmen die Du! Ja, нет, ein regerативworkers! Aber Sie sehen, ich kann die Dna-Storage-Chamber nachdenken, die Dna-Storage-Chamber nachdenken. Vielleicht können Sie. Auf der anderen Seite, vielleicht noch ein Fleeck-Commander kann die Dna-Storage-Chamber nachdenken, wenn man seine Dna-Storage-Chamber nachdenken kann. Ein Fleeck? Schau mal hier. Diese Mission war meine Idee. Ich habe den Targetplanet gewonnen. Ich habe die Briefing-Manuals gewonnen. Ich habe den Plan vor dem gesamten Krieg-Chamber nachdenken. Du kannst mich nicht wegnehmen. Nicht erzählen mir was ich kann und kann nicht tun, Commander. Diese Gespräche ist vorbei. Sit fest, ich werde jemanden zu holen, so schnell wie ich ein Rescu-Pot aus dem Flughafen kann. Hallo? Hallo? Frack! Nein. Nein. Lassen wir es. Das lassen wir jetzt. Äh. Dann machen wir doch lieber hier. Äh. Die anderen Nebenmissionen. Gucken wir mal, dass ich den Laser noch vor dem Schiff da auf Maximum kriege. Ja, irgendwie. Kein Plan. Das hat halt zu wenig Schaden oder so. Naja, kann ich gar nichts landen, ne? Huh. Nee. Das war's für heute. Ja genau, da steht alles voll hier, clean. Machen wir das für die Abmission hier. Ja genau, das war's für heute. Ja, wie komm ich jetzt da am blödsten hin? Ja genau, da hinten ist doch nur Wasser. Ja genau, das war's für heute. Ah, wie lange zum Fels? So. Ja, noch eins. Boah, als Schiff oder sowas gibt's ja auch nicht, ne? Machen wir nicht hier auch nix? Ja genau, das war's für heute. Ja. 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 So kommen sie da jetzt auch nicht rein. Hm, das ist jetzt die gute Wahl, ja. Hm, das ist die Top-Suche, ja. Ach, da hinten. Wow. Das ist einfach nur hier, da nicht runterchappen, das soll anscheinend gehen. Mit dem Chat-Pack, na dann, schau mal mal. Autsch. Also ganz ohne ist das Ding ja nett. Also Brain AFK gibt mir okay, weil die Platin nicht. Aber ich gehe doch lieber da raus, oder? Wollte nicht hochkommen. Ich glaube noch nicht. Hm. Ja, aber eine Brücke da hinten, ne. Das dort ist eng. Nope. Ah, da schwimmen keine Kalle nicht. Hm. Wo bin ich denn jetzt hier? Pass auf. Du bist doch gleich mit. Hä? Äh, steil oben. Erst lo! Ja. Du bist der Oh, das ist ein Spargebiet, ja? ich kann hier die nette killen oder die 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 I'll be a backup! You ever heard of collateral damage? Let's rock and roll! We got incoming! This is us! We got contacts! Oh, fast! Where did he help? Here is another one! It's a point of divine fabrications that the great god of the sacred crotch was not made and cannot be unmade! Arkvoodle is, always was, and always will be! And for once they got it right! Fire at my idol with your disintegrator ray! I'll show you! I told you! Nonetheless, I shall unlock the landing zone! Thanks for playing! Oh, fast! Then it's on your hammer! No! No! Kill the Soviet agent and get that dossier, Krypto! We need to know where those nukes are! Uiuiuiui, they get out! Wait, we got a lot of KGVs! Oh, is that something different! Ein paar Gehen-Forschungen hier. Kein Mensch-Aerkraft kann so wie das! Also, die dämlichen Geschütze zerstören. So. Den haben wir! Den nicht. Da geht der eine. Ja, den Rest haben wir nicht. Gut. Gut. Oh, 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 oh! Huh. Äh... Atomkarte... In die Bucht. Ja. Ah, noch nur Zeitdruck hier. Nehmen wir uns den. Tschüss. Tschüss. Ah, ey. Da hat er sich ja ganz gewünscht hier mit dem Spiel. Ja, morgen Vormittag wie auch abends dann... So, da ist er auch länger. Also morgens länger, abends länger. Mit Marvel, da müssen ja gut was vorangehen. Da muss ich nur so langsam aufpassen. Gut, ich meine zur Not holt ja die PS5 Platin. Bei Avengers, die habe ich ja dann instant. Wäre ja dann die andere Option. Wenn hier irgendwas falsch lief. So, Samstag wahrscheinlich Godfall und Otto Ripped halt. Je nachdem, ob er uns Zauber kann, erholen kann oder nicht. Oh. Das ist die letzte der Nukes. Jetzt, zerstöre die KGB-Base auf dem Rock, während ich die Konten des Dossiers scanne. Alles klar. Ja. Die Musik wieder. Ich hoffe, er hat mir trotzdem gedacht, dass ich noch hier bleiben kann, ja? made so? Der Moment in den E2, okay? Ich bin Boge. Mensch, aber dann verschieben! Ich bin Boge! Narrativ! Ah! Was ist das? Das war das mal ja? Oh, 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 oh. Ich bin auf der Rockwadis. Aha! Ist das mal das mal ja? Oh, 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 oh. Ein Ripple auf der Rockwadis. Okay. So, warte mal, das war jetzt hier was. Äh. Ja. Rock. Äh. Geiler Film, by the way. The Rock. Ja. Äh. So, warte mal, da müssen wir jetzt, das ist die eine, die wir nicht haben. Na, wie komm kannst du Albion reisen? Ah, okay, ja, da kannst du dann immer hin und her switchen zwischen den einzelnen Gegenden. Wäre jetzt natürlich auch die Option. Aber ich probiere, nee, mach mal so die oben, die an die Nebenquest. Dann holen wir schnell einen Landepunkt. Wenn ich das einmache, ist eigentlich auch wurscht. Außer der eine Mission, da muss ich echt warten, bis ich die Schüssel hier... Oder geht das jetzt schon wieder? Irgendwie auf. Höheres Level abgleich, wie das hier. Ah, 13 wird nicht reichen. Ah doch. Maximaler Todesstrahler Hitze Schaden. So. Ne, jetzt gehen wir trotzdem aus da hoch. Der Kipp muss ja gleich nochmal probieren, weil höre wie das geht's eh nicht. Oh, der Heavy ist aber schwach hier. So. Hade gesehen. Oh. Ja. 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 Gritter! Kontakt! Wir haben Kontakt! Er hat einen Rettung! Das ist für K-San! Ich sehe ihn! Jedenfalls ist das letzte Pirogi! Ach komm! Ach der Rettung! Oh! Ups! Äh... Gut, wir sehen den Artefaktor oben! Ja, genau! Die Panzer haben sie natürlich nicht gesehen! Haha! Ja, gibt auch Sinn! Huch! Die ist wieder da! Ja! Can I... I bet that, yeah! Was... 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 Ja... Ja... Was... 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 Oh mein Gott. Ich hab dich des Koi-Towers. Ach, ganz da unten. Wir machen was anderes. Machen wir da unten den Flugpunkt. Dann fliegen wir runter. Naja, der kann schon noch rennen. Das geht schon. Nein! Okay. Ich habe die Menschen, zu kohlen und zu Angst vor dem Führer Gottes, durch die Destruktion auf sie. Schuhe, blühe, töte, zähle, zähle. So sagt Argvoodle. Die wunderschönen Wierheil. Aha. Ja, aber jetzt nur hier. Das gibt jetzt auch keinen Sinn. Da ist noch ein Artefakt. Na, Mary. Auch nix. Echt so weit weg jetzt, oder was? Ja, lass uns sehen. Gut. Dann nehmen wir den. Hört gut aus. Hm. Wir scheinen nicht zu zählen. Ups. Ah, das ist der Restgeber. Oh. 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 Humans now fear me. My massive ego is momentarily massaged. Landing zone activated. Na ja, aber diesmal nicht der Knochenbrecher. Zum Glück nicht. Ah. Ich wusste trotzdem nicht, dass hier da locker zwei Finger unter das Schulterblatt drunter gehen. Also angenehm war es trotzdem nicht. Hm. Hm. Ah gut. Soll ja auch kein Erholungs-Dingsbums sein, sondern soll ja was bringen, ne. Der bringt rüber streicheln jetzt auch mit nix. Aber jetzt macht es hier nicht gerade angenehm. Hm. 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 Ja. Ich mag es auch. Also links ist bei weitem schlimmer wie rechts. Ich mag es schon bei beiden Seiten. Aber links ist schlimmer. Ja. Ja. Also auch wesentlich entspannter jetzt. Da knackst du auch nix mehr. Oder seltener, sagen wir mal so. Ja. Die sind echt top da, Alter. Wahnsinn. Richtig gut, Alter. Es ist bisher da kein oder keine. Weil die Skins sind ja Mädels. Ähm. Keine dabei gehabt hier, wo man sagen müsste. Die ist aber sowas von falsch in dem Beruf. Also top. Die Stimmung da drin genauso. Die sind alle nur um rumgackern. Nein. Das ist. Ja. Superladen. Ah, das müsste er halt fast. Ah, das stimmt. 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 Das war's für heute. Ich brauche da auch nochmal einen Soldat hier. Ich bin da, ne? Ah! Hell no, we won't go! Hell no, we won't go! Yippies, ich kann nicht mehr. Okay. Sieht auf der Karte weit aus, sie ist tatsächlich dann ist, ne? Da kommst du jetzt. So. So, probiere ich noch mal diese andere dämliche Mission da. Eingezogen. Hier hast du das Kriegsgebiet geschickt, alter. Ja. So. Ja. Oh, 10. 10 Zellen. Nice. Das ist wichtig. Äh. Ist auch wieder eine. Ah, wieder der. Ah, reicht das? Ah, da habe ich gerade was gesehen, hier ist da oben. Da. Ah, jetzt kannst du da oben. Mist. Er ist eigentlich hier mit uns wie nie gelegt. Ah, scheiße. Wow. Genau wie eine Panzerfaust, aber noch. Oh, ja! Oh, ja! 10-108 1-108 1-108 What? I got a place to see him too No more than this What are you doing here? What? Huh Huh I got him I got him I need backup dammit I need an upgrade from the gene plane What? 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 What, what? What about the spacer? What? What? Das war's für heute. Okay. 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 Hehehe, I have been killed for a video. Well, I'll give you a second. Okay. This is actually the last one. I know. da wollen wir das auch noch gleich also dass die rüber dass da es heißt so wir können noch gleich wo ist die andere danach daten kann so so zimmer da so dass die kult mission nochmal rüber aber wo schau es jetzt eigentlich aus da hatten wir noch mal alle artefakte haben wir noch nicht alle dann die zone fehlt noch eine gerade in 37 kult 3 und 7 neben Ah! Ah, ja, falsch. Ah, sah hinten gerade aus. Ja, glaube ich schwarz auf Jetpack Upgrade. Also theoretisch hier vielleicht noch alle Collectibles mit holen kann. Ah. Hm? Hm. Ah ja, was war das hier? Er ist klar. So, we're in another beaded squi- So, what do you want? So, what am I beating? Hey, five people, so, yeah? Good. Hey, what do you- How can- If a group I get old are- Like what, man? I'm a big- Yeah, are you okay, pfft? Waha- Waha- Uh, eh. Ark Voodoo requires slaves, female slaves. Preferably buxom and scantily clad. By the sacred genitalia, heed the wheel of Ark Voodoo. Right on. Ark Voodoo requires slaves, female slaves. Preferably buxom and scantily clad. By the sacred genitalia, heed the wheel of Ark Voodoo. You can run, but you can't hide. Right on. Ah. Move your ass, Paddy. Tell it to my union, Raph. It's okay. So, not so, right, ne? Ow! Oh Ich habe nichts Hecht. Hm? Wir können uns boom in der Platte gehen! Wir sind ein Schlag! Ah... Ah. Das ist die nächste Zeit. Ja, ja. Ich weiß es nur, was ich weiß! Alien! Träcki! Helft yourself! Helft yourself! Wann du dich? Ich bin so ein Typ! Lass uns ein. Wann du dich? Wann du dich? Wann du dich? Es braucht Slaven, Females Slaven! Was ist das für heute? Naja. Passt. Eine noch. Diese Frauen fliegen und aus dem Huck. Lernstück aktiviert. Ja. Jetzt alle. So. So. Was hat den da noch angenommen gehabt? Werdet ihr auf die Gebäude? Hey? Hm. Mach mal halt. Dann pick-ups, wenn ich hier zu wenden. Nee. Oh, der. Ja. Da. Da. Ha. Oh, ich weiß nicht, oder? Ich schaue es mit dir, ja. Panzer. Toll, echt jetzt? Warte. Also bei mir ist es keine Schuld. Na, und bei dir so Bärchen? Da müssen die halt wieder abschießen, ne? Hm, ah, da fehlt einer. Was? 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 Ja, die Impfung schützt doch nicht vor Infektionen. Nur vor dem schweren Verlauf, mehr nicht. Was? 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 Ja, das war ja diese Hippie-Vision. Bestimmt. Ich hätte ja bisher auch extrem viele, die das schon gehabt haben. Corona. Eine Trotz-Impfung ja gerade. Aber alle nur mit sehr mildem Verlauf. Also, das ist nicht mal eine Erkältung würdig. Sag ich jetzt mal. Wenn man weiß, dass da wie vorne die Wasser hier gewesen wäre, ohne den Punkt. Kannst du nur schätzen. Oh, das ist doch gerade noch mal. Kann ja nicht sein. Oh, das ist doch gerade noch mal. Oh, das ist doch gerade noch mal. Ich habe mich auch. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich es jetzt schon mal gehabt habe oder nicht. Und ich könnte so einen Antikörper-Test machen, aber da jetzt wieder ein Antikörper-Booster bin, ich sage ja auch den Arsch. Oh. Ich habe es aber kurz davor, also da richtig zu dir gehabt, wo ich dachte, was ist das? Wenn habe ich so lange die Scheiße? Ich bin nur eine Erkältung zwei Wochen lang. Ja. Hätte es auch sein können. Keine Ahnung. Ich meine, so lange ich jetzt nicht auf Intensivland ist, würde ich sagen, ich würde es auch relativ wurscht. Aber, ja. Wenn wir überhaupt noch auf Intensivlandet. Was? Nein. 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 Das ist Orthopox XIII von der Furan Empire, von Sol 3. Ich habe nie gehört von dir. Ich habe auch nicht gehört von dir. Ich bin Orthopox XIII, wir sind Orthopox XIII, der Konkurrer von Sarkon V, der Heroin der Battle von Tharsis-Mong, der Winner von der Xanthrax-47-Mental Cruelte Award, sechs Jahre lang. Ich bin der zweitermost-senior-Fleetkommander in der gesamten Furan-Navie. Ich war die hyperdimensionale Inseptoide in den Dunghills von Veedoblat, als du noch in den Schrappern warst. Der Unterschied bei uns hier auch wieder, zwischen dem Osten und dem letzten Upgrade, von Sarkon Zweriden. Sektor 13. Sektor 13. Sektor 13. Sektor 13. Oh. No, das kann nicht richtig sein. Das kann nicht richtig sein. Das ist praktisch nichts dabei. The Martian War wiped out every significant life-form in the system. Only one planet left with intelligent life in. I use that term very loosely. I don't know where you are, sir, but it's not three. Listen here, you bureaucrat Boyle! I know where I am. The same bloody planet I've been on for ten years! I'm on planet Earth! I am stranded on Earth, in point of fact. And I require that a mothership be sent to retrieve me this very instant! Uh, sir, space traffic control takes a dim view of Brinkton. I'm hanging up now. Incompetent, underling! Space traffic control, come in, please. This is all money. The Martian, fleet commander of the Furon Empire! My mission to locate and harvest pure Furon DNA is on the verge of completion! My mothership has been destroyed by an enemy missile! And I require support immediately! Over! On the backs of the team! This is Admiral Cyclops for Isis! What is your situation? Oh, Admiral! At last! I can confirm that Earth is ripe with pure Furon DNA! And is an ideal harvesting ground! I even successfully generated a Furon warrior clone! With functional data! By the sacred consummate! That's incredible news, Pugs! I'll dispatch your mothership immediately to retrieve you and the DNA! Ah, well, yes. The thing of it is, actually, the DNA storage containers are... gone. Well, they were in the mothership when it was... you know... destroyed. You've lost the pure Furon DNA, collection of which comprise the sole objective of your entire mission? Apparently, I am. Well, it's a super source. And how do you want me to authorize another mothership out of the Sector 13, just to pick you up? No, 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 Admiral, perish in the thought! But you see, with any f**k, I can restock the DNA storage chambers in no time at all! Perhaps you can! On the other hand, perhaps another fleet commander can restock the DNA storage chambers when you're getting his mothership blown to Quarks! Another fleet! Look here! This mission was my idea! I picked the target planet, I wrote the briefing manuals! I commended the plan before the entire war council! You can't take this detail away from me! Don't tell me what I can and can't do, Commander! This conversation is over! Sit tight! I'll send someone to pick you up as soon as I can spare a rescue pod from the fleet! Hello? Hello? Frack! Frack! Ancient Cylacus, well, Crypto, it appears as if you and I are on our own. I can see it now! All those arrogant, self-obsessed fleet commanders fighting amongst themselves for the chance to come out here to birth and take all the credit for my hard work! Oh, it burns my retinas just to picture it! Your hard work? Funny, I don't remember you being around when I was getting my lobes founded by a 40-foot robot with the president's brain! I would just say, wow! What should I do now do? That's not bad! But I don't know what I'm doing now! I forgot your net! Haha! No! I can't wait until I have to do it! I can't wait until I have to do it! Okay, what's going on? There! Maybe I can't wait until I can upgrade the ship or anything. I don't know. I can't wait until I have to do it! I can't wait until I have to do it! Okay, I can't wait until I have to do it! Ah, Albion! Where the sun never sets, and the natives never floss! Come and see me when you have a moment! I've a job for you! Where the sun is at! All these stars do you want to tell me? You will be more excited! There! How does the purge legend feel? What is the world? What? 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 What's the world? What? Oh my god! What's the world? What? What do you want to do? Es gibt viele Untertitelungen, die von Hyde-Park abwarten zu gehen. Die Plague ist wieder in Vogue. Was ist das? Wir haben alle unsere Fetische. Die einzige, die für mich noch mehr macht, ist es in der Tübe, mit dem Valley of the Dolls und einer Tonne von Chocolates. Die Stadt ist verletzend. sehr schön ja, da gibt es dann auch mal was Trafalgar Das war's. Prost. I have more eyes to be doomed. ... ... Which graph is that? ... ... ... ... Die Mischung perfekt, fertig. Oh. Krypto! Ich habe eine Ausgabe von einem Schrauben-Simon-Aktivität gesehen. Vielleicht haben sie die Ersaufgabe von ihren Schrauben-Simon-Simon-Bears gesehen. dieser vorgestellt hat es da besser aus als die grafik auf das zweite teil was mal rauskommt was das spiel ist von playstation 2 zum beispiel von playstation 2 hat so ein paar jahre auf dem buckel oder die jetzt die 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 Oh dann! Einen noch! we shall serve as a lesson to it dann eben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, von was ist der zweite Teil? Da fehlt irgendwie so ein Titel oder so was. Das ist noch der zweite Teil. Besser Destroy All Humans 2. Bis zum nächsten Mal. Da, all right. Get in there and start spelunking. Attention! Possible intruder at Green 20. Advanced Contingency Plan D is now in effect. Also, honor of Grey Zorki license plate 1LV-SDLM. Your lights are on. Das wäre ja durchaus wirklich, wobei ja da der Publisher THQ war. Und hier gibt es ja, glaube ich, immer noch. Die wurden ja nicht aufgekauft, aber irgendwie so was. Annal-Sonde, what? Ja, das hier ist das Remake. Das ist ja auch PS4. Die Variante jetzt hier ist ja logisch, dass ich nicht PS2, was ich gerade spiele. Bei PS2 ja kein Tropfen. Das ist ja ganz wahnsinnig jetzt hier. Das ist ja ganz wahnsinnig jetzt. Intruder alert! Proceed to command center where comrade Agent Archer will defeat intruder in demonstration of Soviet moral superiority. Das ist ja ganz wahnsinnig jetzt hier. Das ist ja ganz wahnsinnig jetzt hier. Das ist ja ganz wahnsinnig jetzt hier. Das ist ja ganz wahnsinnig jetzt. Das war's für heute. Das will do. Okay. Also Destroyer Humans 2, ganz normal, auch PS4 halt hoch. Na, von PS2. Aber wenn das Spiel startet, ist es ein Spiel 2. Aber ich wüsste ja auch von nichts, dass da irgendwie neue Teile oder so kommen sollte, oder noch ein Remake, weil es gibt ja keine Sinn, das ist ja schon eins. Ja. Ich sitze hier in der Neunter. Hm. Okay. Okay. Was ist das? Oh mein, was das echt? Ich war Fairbrain Oh, ist egal Oder der linke hier ist Da geht es Nur die, die nicht lange genug hier sind, die werden geblockt Aber ich sehe es trotzdem Tatsächlich Noch mal ne neue Version Nur auf PS5 Dann WTF Das glaubt keine Sau Da ist auch PS5 und das hier ist auch PS4 Da Das PS2 Remake auf PS4 Und das hast du wieder geschickt, das ist PS5 Das ist die Schatz-Mann Das ist die Schatz-Mann 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 Warte mal, wer ist das eigentlich hier? Ja, das reprobed, na so heißt das nicht. Ist ja nur Destroyer and Humans 2, also das hier nur. Und reprobed ist ja dann nur was anderes. Aber das ist schon der Teil, nur halt nochmal ein neuer. Wieso auch immer. Was? einmal platin erreicht also wenn sie da noch mal rauskommen sollte das nähe weil ich kann ich kann das war da einzuhalten für pc damals war ja auch nicht so pralle war richtig scheiße was jetzt war ja auch nicht viel getan okay Was ist denn das lohnt für ein Twitch-Event? Aber da steht auch der THQ dran, ne? Automatial mit Ubisoft zusammen. Sondieren? Oh! 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 Get over the way! I love you! Bye. Run for your life! It's Charlie Watts! I love you! She loves me! Yeah, yeah, yeah! Why should I care? I love you! I love you! I love you! Just like Ali Peli! Ah! Oh! Just like Ali Peli! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wörter werden überall über mich verletzt. Mach dein Herz aus, Townsend. Ich wundere, wie viele mehr von uns in der Kraft sind. Dieser junge McCartney ist so ein schönes Freund. Oh, und so eine schönes Worte. Too bad über den Troublemaker Lennon. Die Menschen haben mich verletzt. Deshalb probiere ich sie in ihren Niederregionen. Die Menschen, die sie sich verletzt. Arkevuld, der High and Mighty, commands thee. Was he like, anyway? Me mind says Townsend, but me body says adultery. Daviera Hollander, eat your heart out. You want a bunch of fivers at Summit? I'm going back soon. Oh, to get the baboon who blackened my eye and cut up me Levi's. Yes, Headmaster. Hmm. I'm up for anything, me. You're the Conservative Party. You're the Conservative Party. The humans have offended me. Therefore, probe them in their nether regions to teach them discipline. Arkevuld, the High and Mighty commands thee. They walked among us. Run for your life, it's Pete Townsend. Eh. The humans have offended me. Therefore, probe them in their nether regions to teach them discipline. Arkevuld, the High and Mighty commands thee. The 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 Der Antwisch ist so relativ schwierig, sonst macht es ein geiles Spiel. Was ist das? Tondieren! Ich habe jetzt die Anals und die habe ich jetzt ganz vergessen. Au! Der Driver 1. Oh, ich habe da wieder einen Mundi. Officer Down! Ich kenne ihn zurück! Ah, so! Prost! Ja, genau. Ja, ja. Genau da. Weil es war ja nicht gerade ohne. Das ist im Parkhaus. Das ist im Parkhaus. Da ist im Parkhaus. Lass mich nicht. Das ist im Parkhaus. Auf der freiwillig! Ich habe zu arbeiten, die Verlehrer. Man, ich bin wütend. Äh, der Sonne ist da hinten. Ja, eben. Ich war da auch nicht, wo die gerade jungen. Hehehehe. Kannungswort voran. Oh, klar. Oh, nee. Au. 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 Ah, viel besser! Du möchtest jetzt meinen Heiligen Beacon benutzen. Heiligen Beacon. Ah, ne, Mission. Guck mal, da gibt's da hier so'n Voodoo-Dingster. Wo ist da wieder? Davon ist ja auch nicht mehr viel. Wer hat sich nur noch eins eingebrannt. Nope, nicht mehr. Mein Merch-Shop ist, äh, Konkurs. Ja. Wurde überhaupt gar nichts von denen informiert. Auf einmal kam nur so'n Schrein vom Rechtsanwalter, dass da halt, äh, so groß gegangen ist. Oh. Naja. Ja, das Einzige, was uns so'n Schrein fand, ist dieser Spreadshop. Äh, Spreadshop, wo die ist so heiß, aber die sind auch so'n Na ja. Also für die Qualität relativ bescheiden. Die war schon beim anderen relativ geil. Na. Aber, hm. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo, irgendwo anders oder so was reinkomme. Das ist doch. Nun. Und nicht. Wir machen. Ja. Ah. Ja. Ja, Headmaster. Hä? Was sind wir hier mit Stream-Elements? Ja, Headmaster. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Ich bin froh, ich bin froh, aber mein Mann wird nicht sagen. Entweder, was ich? Ja, sicher. Ich bin für alles, Dien. Ja, ja, das ist ja auch übelst wie Verbrecher, ne? Die stehen ja voll in der Kritik hier. Die Putsis, weil die einfach ja die OBS-Option komplett geklaut haben. Mein OBS ist zwar Open-Source, ne? Aber diese Streamlabs, was die ja da anbieten, mit Stream-Elements im Zusammenhang, ist eigentlich nichts anderes als die OBS. Haben sie den letzten rausgekriegt, deswegen sind sie ja die gerade verklagen. Haben sie auch recht, weil ich habe beides hier mal drauf gehabt. Und die Stream-Elements haben wir schon beim, beim, bei der Installation schon gedacht. Und danach, wie es aussah. Das 1 zu 1 OBS nur mit anderer, anderer grafischer Oberfläche, sag ich jetzt mal. Aber das ist eine Frechheit, was die machen. Und die unterstütze ich garantiert nicht. Leid den Weg. Das war so groovy, danke. Also das gehört eigentlich verboten, sowas. Weil sogar die Homepage ist ja fast identisch wie die OBS. Also, die sind Prächtigkeit fast gar nicht mehr zu überbieten. Ah ja. Ja. Für den YouTube zum Beispiel bin ich zu, äh bin ich zu da auch. Die haben ja theoretisch auch den eigenen. Leid den Weg. Ja. Äh. Da gibt es ja halt theoretisch noch irgendwas anderes. Ich muss ja nochmal gucken, ja. Ich bin auf für irgendwas. Ich obey. Ich obey. Das ist gut. Danke, Stranger. Ja genau, ja. Eben. Genau, die sind das. Das war jetzt der Ausfall vor drei Wochen oder sowas. Hier hat es ja gerade OBS gepostet, dass sie da jetzt rechtlich dagegen vorgehen. Die haben die das hier angeschrieben. Versuchen sie nochmal zu lösen, ne. Trotz Open Source hast du trotzdem so eine, äh, GPU. Oder äh, GPL so rum. Dann sieht es ja, wie du es verwenden darfst und alles drum und dran. Und da haben die ja dagegen verstoßen, haben sie nicht darauf reagiert. Also gezahlt vom Anwalt. Ja. Wie sind wir so aus? Toll. Na, gerade wenn du ja OBS gepostet hast, sind viele, dann von Stream-Elements dann wieder weg. Rüber zu OBS. Weil das Ding ist so schlank und kann alles, da brauchst du kein Streamlabs. Für was auch. Das kann genau das gleiche auch. Das ist ja auch das gleiche. Haha. Nur halt OBS ist halt ein Original, ne. Oder auch wesentlich schlanker. Weil wenn ihr das jetzt so sehen wie den Stream-Elements, das ist vierfach so groß wie OBS. Nur wegen diesem grafischen Stückstack, den kein Schwein braucht. Ja eben, der OBS ist hammergeil. Selten so ein geniales Programm gesehen, wo du wirklich alles damit machen kannst. Oh, richtig. Sehr glamourös. Das benutzt ihr als sowas. So hab ich aber mein Trophäen-Video dazwischen aufgenommen, ne. Mit OBS. Ihr benutzt kein Programm, kein anderes Programm wieder. Egal was ich mach am PC. Wenn irgendwas Richtung YouTube oder Twitch geht, läuft alles über OBS. Ah ne, halt das weiter lang. Ah ne, halt das weiter lang. Hallo. Ich hab's auch mal drauf gehabt zum Ausprobieren, weil sie gesagt haben, hier so längst die Integration und schlag mich tot und bla bla bla. Ne. Also ich fand die Oberfläche und alles so überladen. Das war auch keine Sau. Ja. So. Genau. Da sind wir ja fünf Hauptmissionen hier. Fünf Kultdinger. Nebenjobs. Datenkerne sind auch noch zwei. Ja. Ja. Da gibt's noch ein bisschen was. Ähm. Gehen wir schon in vier von sieben. So. Lass mal kurz mal so. Ich dampf mal ganz fix ab. Und dann klar machen wir weiter. Gleich wieder da. Ne. Ist auch nur Müll. Ist es auch. So. Gleich wieder da. Lass mal. Das ist auch mal. Ja. Ich liebe es auch mal. Ich liebe es dir. Ich liebe es. Jungs. Drei. Ich liebe es. 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 Mein liebt es. Ich liebe es. Ich liebe es. Vielen Dank. 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 I'm taking you down. So... My... Ach so, die Designerin hat sich heute auch noch gemeldet, also... Die sind... Nächste... My... I... 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Milk. Die Broadcast ist complete, aber jetzt müssen wir über die Happen. Oh, ein Invader's work ist nie getan. Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwo reinkomme. Ich kann ja mal gucken, ob ich da irgendwo reinkomme. Ja, kann ja mal gucken, ob ich da irgendwo reinkomme. Ich kann ja mal gucken, ob ich da nicht helfen kann. Ich liebe mich, ich liebe dich. Achso! Nee! Moment! Das ist ein Sperrgebiet. Scheiße! Was ist das? Das war's! Was ist er, mit ihm? ja gut das ist ja vorher in achten warte mal was haben wir denn da schickes kalender du redest können wir uns eigentlich um 20 zu machen Wenn wir jetzt eigentlich den Zell hier auch locker drin, dass ich da hier, dass hier das Ding dann auch kriegt, bevor es Weihnachten ist. Ja, komm mal ja gerade mal, sonst ist es so öfter. Ding machbar. Ding machbar. Frank, so deal up. Excellent. Is war? Okay. Hey, ich denke mal, da werden auch sehr viele Urlaub haben in der Woche schon. Und dann müsst ihr euch auch ganz gut in Ordnung. Bei vier Tagen reicht ein Ticke hier, dass die Post dann da ist. Dann wurde ich direkt am 21. zur Post. Na, dass sie weg ist, das Zeug. Na, eigentlich 23. ist es da. Eigentlich. Gute Hilfe! Hurry, Kryptos Porydium! Gute Hilfe! Gute Hilfe! Gute Hilfe! Gute Hilfe! Ah, du hast nichts mehr. Ah, du hast nichts mehr. Gute Hilfe! Gute Hilfe! Gute Hilfe! Gute Hilfe! Hey, Mister. Oh, ja, was? 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 Ja, ja. Ist auch schnell gegessenes Thema. Blöder, wie gesagt, keine Autos. Blöder. Don't make me shoot you. I barely know how to use it. You're some scum. I don't want any trouble. You and I run. I fear you. Hey! I want the lava. Somebody ring up the proper authorities. Nice. Wir haben wieder Anals unten. Sehr schön. Stop! In the name of open-minded ministers. Ja, ja. Ja, ja. Die hat halt einen sehr hohen Anspruch. Ist aber auch nicht verkehrt, ne? Hier gibt es auch Schlimmeres dann. Nein. Hm? Was? Was? Sehr schön. Na ja, deswegen habe ich schon noch mal gucken, was es gibt. Ich meine auch nicht, dass sie die ganze jetzt so durchzieht. Na komm. Was? Was? Jetzt ist weg. Ich war immer nur zur Mitte. Ich bin. Es geht. Was ist das? Was ist das? Besser dich an Farbi. Oh, die ist halt so blöd. Oh, die ist halt so blöd. Oh, okay, warte mal. Oh, Streber. Oh, die ist halt so blöd. Oh, die ist halt so blöd. Oh, das ist halt so blöd. Oh, das ist halt so blöd. Oh, das ist halt so blöd. Dann wohl ja. 20. war doch. Oh, das ist halt so blöd. Oh, das ist halt so blöd. Oh, das ist halt so blöd. Okay. ...Abenor near your position. I'll slap it up on your radar. This is gonna hurt you, and not all this gonna hurt me. Great job, sir. Two and a fourth, if I may. But you'd best make a quicker exit. I expect the Constabulary will be arriving shortly to investigate. You did well, Spaceman. I'll be in touch. Oh, no. No. Oh. Na toll. Umgekippt. Trigger. Pass. Let's go. Was wurde er nur, Geheimagent? Was wird er nur, Geheimagent? Es geht. Ist auch. Äh, 42. Jetzt kommen wir da auf jeden Fall hoch, hm, die Dinger haben wir ja alle, ne? Bin ich wo? Da unten, ganz oben. Ja, okay. Da unten, ganz oben, ganz oben. Da unten, ganz oben. Da unten, ganz oben, ganz oben, das sind wir ja alle, ne? . . . . . . . . . Achtung! Keep your eyes peeled for a UFO in the skies over Albion! Achtung! Achtung! Huh? Achtung! Oh, it's the hippies! Achtung! Achtung! Moment! Achtung! 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 Oh Oh What just happened? Hi I don't know You go Hurry squire Marcy squires young lad Out and about causing havoc can't be I suppose I should ask someone But they're all just so so modern If you ask me I wonder where do Babies come from? I'm feeling Very unhip Perhaps I should ask a mod And get with it But would I have to It's gonna be another one of those stupid gang wars Yeah, Terry squires been wandering around North of the canal all day He's just begging for if you ask me No Yeah, but it's going for us Oh, it's just right here Here at the next day, when was it? 29. August or so There's an infaction directly here Yeah, the terminal is already here I don't know where I don't know where It's up It's about 20 km Where the main locker 10 It's not So, north of the canal is called Oh Z Baun Z Baun Z Baun Z Baun Z Baun Elon Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Terry's been so tense lately and he only hangs around north of the canal when he's super worried he wouldn't be worrying about those KGB agents who keep trying to kill him, would he? Look, if an MP wants to pay me 50 quid an hour to watch him dress up in his wife's knickers who am I to say he's wrong? I'm fine I'm fine I'm fine What are you on about? Terry's been so tense lately and he only hangs around north of the canal when he's super worried he wouldn't be worrying about those KGB agents who keep trying to kill him, would he? I'm sorry, why can't we go nix? We're all in her Majesty's army! We're all in her Majesty's army! Oh, Kaiser! Aber geil, ich bin ja nun durch. Ja! Wieder verkackt. Auch sieben zählen wir. Ähm... Gut, ich habe mich sagen, wenn der Aliens hier war, lässt sich die Waffen hätten. Aber sonst... Anti-Schwerkraftfeld? Ah! Ja, sowas zum Beispiel. Ja! Ah! Wenn es nur so einfach wäre! Ich glaube, das würde jetzt auch jeder machen. Ja! Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Gut, ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Könnt ihr sehen? Modernism ist so push-off, Aldi. The Canal-Side Mod mobbism, but, uh, it's... Ah! Er ist da! Jo! Hat auch keiner gesehen! Könnt ihr euch so gut geht?! So... So. Ah! Was ist denn der Bus? Fynn... Alter, das ist dumm, ne? ... Ach, das ist doch! Schrocken! Oh, ja. Rockers-Ur, Mayberry-Weish! Oh ja, oh ja. Die mit dem Piraten-DJ hier. Ah, der ist ganz da unten. So, mal Taxi rufen. Ich würde jetzt mal da gucken, wo ist denn jetzt hier die Analsonde nicht da? 15 Sekunden Anti-Schwerkraft. Was? Schrödinger aus der Uhr? Ja, da ist immer was für das Schiff. Ja, da mach ich auch so erst mal die normale Mission hoch. Äh, grad runter. Mal gucken, was da noch so kommt. Da kann ja sonst nicht sein, dass sie die scheiße Mission sind erschaffen. Ja. Naja. Wobei es Frauen ja meistens eher schaffen, wie Männer. Damit aufzuhören, meine ich jetzt. Ich bin psychisch stabiler. Ah, ja. So. Sehe ich denn hier jetzt denn aus? Irgendwo? Dann muss ich ihn dann tatsächlich umlauten. Is this some sort of joke? No, ich glaube ich muss das noch ein Lofi-Scan oder so. Ja. Ja. Na. Ja. Oh. Ja. Ja. Inside? Outside? Where have I been? Look up your bums, potted freaks. A countdown has started. I'll be squirting blind Willy Sibler's right down at you. Scotland Yardier, state your emergency. We got him. Jolly good show, old Bean. What's it like? Who's a lady? Eh? Ah, don't. Ooh, that he can. so Mr.Standard DJ wegen seltener Blues LP abgeschlachtet oh man so ist der Ratio geht jetzt zum Feuerabend ja, it takes two, ja das ist eigentlich das schwachste, weil es sehr stieg normale Worte sind, tendenziell aber ich hoffe, die kommen dann mit nicht durch, weil das ist absoluter Schmarrn das ist ja, ja aber wie weit ist es hier? ja, es geht auch ok, der Shop nicht oh, an sich was geht, ist halt auch Missionen, machen wir doch die da hier naja oh, da geht es halt mal wieder ums Geld, ne? oh oh ach, schon mal gibt es nichts zum Lenden, aber ich würde gerne Lenden hier dann Lenden wir da oh ich gehe jetzt hoch auf 30, ok ah, klar, dass es genau da ist, aber wo ich es da noch umstehen muss ah, klar, dass es genau da ist, wo ich es da noch umstehen muss 3 mal mal ja die 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 Nerven sind zu nennen. Der Begriff wurde exterminiert. Terriblich gut. Ich werde sofort informieren. Die Nerven sind zu nennen. So, die Nerven sind zu nennen. Hi. So, I'm Sir. I have to enforce and I'm not before. I've... Sir and... ...Light... ...as a PNX-like. This is gonna hurt you and not more than this gonna hurt me. Ibis-Schüsse aus Moskau. They've landed! I think I hear my wife fall. Short, we've been spotted. Get ready, Crypto. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. I have people to see. Please to be putting hands in edge. Natalia. Save me, please. Somebody save me. I have people to see. I am sorry. We had a wife and children and a girlfriend and more children. I'm ready on the damn backup. I will shoot you as well. I am sorry. I am sorry. I am sorry. God's there. Ow! Get out of here! KGP-Agenten sind vorhanden. Das ist etwas, was ich nicht sehen kann. Wo müssen wir denn jetzt hier? Nikolaus Geschenk. Oh, war sauer verdient. Ja, war's brav. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Hehehehe. 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 Komm schon, Krypto! Sie verlieren viel Spaß! Komm schon. Schillerians! Komm und ringue den Doktor! Wäge, wäge! 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 Wu, hey! Komm, ridge! Okay, soaci und super rengểm! Du, dealing doch nicht. Ja. �. K Aging des JWs. Ck Wat mira? Es... brilliant! Na, Ponsni! Hehehe Hehehe Sie laufen ja auch in den Scheiß zusammen. Natalia! Ja komm Leute, auf! Ah boah, GameStop, Drecksladen! Hehehehehehehehe Ah! Na dann, hol mal die Unterdraße her! Schicker Schlitten! Da ist sie! We'll set off as soon as you're airborne! Let's go! Ah! Oh yeah, das war doch nix! Aaaaah! Ah, okay! Ah, okay! Wie ist das? Ah, okay! Steven, das ist ja so gut, können wir alle wieder in die Zeit. So ist das so gut, oder? Wir sprengen den Degen rein. Der Dedl, er hat mich zur Bombe für die ganze Straße. Ja eben. Bombe! Da wurde Inzidierer zuschlagen bei dem Eingebot hier. Hä? Wo soll das was im Weg sein? Was ist das los? Was ist das? 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 Du merkst, das wer유� عن mich. Wenn doch dann... No PC damals. Ist ja schon bisschen leer dann. Weil auch sie kenn ich, den kenn ich jetzt auch sie nicht. Das war's wohl. Komm her, Krypto! Du missst all das Spaß! Wundervoll! Now Ponsonby's men are here, too! Wundervoll! Now Ponsonby's men are here, too! Wundervoll! Äh... Der Aussicht geht, glaube ich, noch einiges länger als zwei, oder? Weil irgendwas war mit dem Osten. Weiß nur nicht mehr genau was. Was ist das? Bastard! Es ist das, Bobarisch. Ah, oh, ja, okay. Ja, ich weiß aber nicht, wann der reinkommt. Das kann ewig dauern noch, ne? Weil ich hab da noch so ein paar Games hier. Ah, okay, die Kriegs-Operen-Fall würde ich mich auch schaden. Okay, scheiße. Ja, okay. Oh! Let's get out of here. Ja, klar, die kannst du mal aufschreiben, ja. Gleich dann. Ja, klar, lustige Soxin schon, ja. Aber das ist halt schon... Arger-Trash. So ähnlich wie so ein Touch von Sharknado oder sowas. Back me up! Yep. Ich weiß nicht, ob es ist. Oh Mensch Mele, das in den Grat benutzt es auch. Oh, im Ernst. Ah! Der ganze Scheiß nochmal. Hi. We're in... Short, we've been spotted! Get ready, Firdome! He's sleeping through my fingers! No! All units on the dabble! Now that is just beyond the end. Push off! I'm on the old team! Oh! 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 Ich muss echt hoffen, dass die Karin an uns nur hängen bleibt hier. Oh mein Gott! Komm schon, Krypto! Du hast alles Spaß gemacht! Hey, was ist hier? Was ist hier auf? Ist doch klar! I see you, alien! Wonderful, now Ponsenby's men are here too! Oh shit. Keep them off me victim. We're nearly there. Get back there, trouble! You're such a gent. You're on the deck. Very Ike. Thank you. Let's go! Let's go. Let's go. That sounds good. Oh lord. That's no dirigible. Let's go. 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 Clear about for me. Oh sweet. Let's go. 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 Na also. Fast. So sieht es alles noch. Na da ist noch das andere Kanzler hinten. Wow. Da ist doch fast alles im Deck. Aber holen wir mal das Artefakt da. Mit dem Ohrschlag. Wut. Aber das Ding ist ja auch nice. Ein bisschen ein Meteoranschlag. Ah. Okay. Oh Mann. Ah es kommt 16. Ah. 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 Das ist gut. Gut. Ah, noch zwei fehlen. Na, kommt jetzt her. Das ist gut. 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 alle durch die zahlmischung das war jetzt ein gut das war es ja dann das war die Mission danke euch das war eine Mission abschließend die einzigen wo man es so kriegt hier und den Rest alles upgraden hier alles entdecken, alles finden und so weiter also das ist ja das ist ein Stück länger aber ich stampfe nochmal ganz fix ab dann sieht man es ja nochmal hier was ich da alles zu tun habe und ich brauche alles also immer alles pro Planet aber zum Glück sind es ja eh nur ich glaube drei oder vier große und einer ja nur mit der einen Quest und so weiter also das ist ja der Fisch aber ja gut ich biege ganz kurz ab gleich wieder da also die schon keine und ich bin der terminology ich bin und ich bin Vielen Dank. 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 Ah Oh, you're pissin' in the wind, maggot. I'm gonna- We bring back up immediately! Watch it, will ya? UGH! Over yonder! UGH! Bastard! I'm losing focus! Hey, 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 hey! I've got hackers! Oh, no! We're both crazy little men! Well... ... ... ... ... ... ... ... ... What? Das ist wirklich nass. So. Fuck. Oh, fuck. Well, I never! Hey. He couldn't be more beaten to be tried. KILL HIM! Get me! Oh, yeah. For Majestic! What is that? Oh, God. Miss Silhouette. The curl of her hair. The creaminess of her skin. The curve of her gas mask. I can't. No. Amen. Oh, God! Mmm. Ugh. Ugh. Oh, what a heck. Ugh. 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 Neidlich. So, was sind wir jetzt? Was? Machen wir aus in der Mission. Ah, ich bin nicht voran. Oh. 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 Das ist ein Schuss für dich. Das ist ein Schuss für dich. Das ist ein Schuss für dich. Stopp'n, du wirst! Bells, Bells! Was ist passiert? Wir essen, wir essen, wir essen! Für Lillie, die Pink, Pink, Pink! Ihr Lord. Schuss für dich. Schuss für dich. Schuss für dich. Ihr Schuss ist dein Schuss? Also, du bist der Schuss, der unsere Elektrizität auslöst. Hm. Ach ja, Telefonzette. Wäre dann über dich halt. Und jetzt, für etwas komplett anderes. Hallo, Irene Habersam spricht. Irene hier, es ist mir. Wer kenne mich, muss ich fragen? Es ist Eddie. Eddie, wie schön, von dir zu hören. Habt ihr ein Kühlschrank? Sie sind ein bisschen unter dem Wetter. Du Pulsier. Es ist nicht das. Ich habe... Ich habe eine Sex-Change-Operation. Du bist, was? Ich habe eine Hormone-Therapie vor der Woche angefangen. Ich muss mich erinnern. Stan, dein Kühlschrank. Impersoniert Eddie. Sei nächste Woche mehr original, darling. Ich meine, wirklich. Wer würde immer glauben, dass du eine Frau warst? Wer ist Stan? Wirklich, das ist ich. Komm schon, du musst mir glauben. Wer würde noch wissen, über deine Erotik-Stamp-Kollektion? Eddie? Holy Hippies auf dem Stich! Ich werde mich außerhalb meiner Haus. Und für Gott's sake, keine Ahnung wissen, wer du bist! Wie ist das hier? Wie ist es? Wie ist das? Nein, wir brauchen mich. Wer ist kein Einzelnehmann. Ich denke, dass du das hierher hierherst. Es wird mich nicht so wichtig. Es wird mich nicht so wichtig. Es wird mich nicht so wichtig. Ich finde keine Ahnung, keine Ahnung, wie geht es. Oh, was will das sein? Nördlichen Parlament Ah Oh I can't Rick Oh, it's not Oh, just at least Ganz ein Transformator Äh Ja Na dann, muss ich auch mit so, ne? Ja Ja, das ist ja nicht Oh, Mensch Oh 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 I Oh 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 Yeah Ich bin die Sanatalia. Ja, die Sanatalia sind auf den Sack. Natürlich Sicherheitskameras. Und dann... Ups... Entschuldigung, ich war ein Minier. Oh, fast. Oh, fast. Hey, spaceman. I can see guards closing in. Hey, cookie. Okay. 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 Tief anstrengt zijn... Tief PWG Almost Early. Ich hatte this nur noch die Verlangen. Die Sta29-kraftsz Joshua rechtert. Ich werde dich nicht mehr sehen. Du nicht mehr! Aboi! Krito, ich brauche die Version. Und fast! Ich weiß, ich weiß. Destroy die Supply Depot in der Nordwestern. Ah. Kau, oder ich kann sehen. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Karte ist sehr schön und gut. Bitte, Sie bewegen. Bitte, Sie bewegen. Bitte, Sie bewegen Ihre Hand in der Luft. Es ist Zeit. Okay, Sie haben es in die Ducks. Ein Blinkometer. Ein Blinkometer. Ein Blinkometer. Ein Blinkometer. Äh? Ich hatte noch einen Strichli. Voll. Ein Blinkometer. All right, Krypto. Ich meine... But stay focused. And don't wander off. I'll need you to stand by for my instructions. Wait! I slipped and triggered the alarm! That's going to bring reinforcements running! Brace yourself, Krypto! Wait! They must think you are the only intruder. It's perfect! Keep them busy while I get to the vault. Ni puha! Finally, wait! Uh-huh! Uh-huh! Junzu! Uh-huh! Ah-huh! Die Soll das ja auch ziel mit sich, so ja. Ah-h! Es war zu spät. Oh. 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 I've blessed my way through to the cryptography vault, but it's going to take a while to print out the documents right after. Hold them off until I give you the word, sah? Ah! Grypto Get the back, Grrypto! I'm nearly done here. I will make it! Wie ist das? Das ist es! Es ist fertig, Petto! Keep die Zeit für ein bisschen länger! Das funktioniert! Ich bin auf meinem Weg nach oben. Ich bin auf meinem Weg nach Hause. Okay, ich habe geschafft, auszuprobieren. Nur eine Aufgabe bleibt, Kryptos. Wir müssen all die Wahrnehmung, dass wir immer hier waren. Dieser Job wurde für dich gemacht, Tovarish. Jetzt, geh' deinen Schraub und level' diese Gebäude! Äh... Eine Untertanke, na dann! Na, die Mission sind alles gar nicht mal so ohne hier. Mutter hat da nur eine Schwierigkeits-Garte. Kann man ja nicht einstellen hier. Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Oh, das kann nicht richtig sein! Das ist kein sohn wie eine Fliegelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wiii patsch sehr schön na es wird auf dem himmel die mission ah danke euch naja, machen wir hier die mission weiter dann stecke ich jetzt sechs gebietchen da kriege ich alles von der mission in der pettierstelle überhaupt noch drei kult, drei nebenjobs im nie was korrekt wik confer nichts ist man ja gar la Помöre So. Das war das Militär da weg. Ah. Das machen wir später, weil wir so ein Roundabout hier für die Collectors, was ich für das schon eine Viertelstunde pro, äh, pro Mailbasis geht. Also wenn man jetzt nichts hat, eine Viertelstunde. Ah, schon mal die andere Geheimakenten. So. Das ist ein Überläufer. Das ist ein Überläufer. Das ist ein Überläufer. Ja. Die Sovjet-Embassie! Die Sovjet-Embassie niemals Zeit, wenn meine Business Proposierungen erstellt. Als wie... ...auuely mehr von früheren Filmen. Meine Meinung, B-B-C-1. Meine Body, Channel 4! H widthen auf der Kroche auf. Ich muss jetzt schon weiterhềren. Ich werde jetzt meinen Lippen-Button aufhören. Ich sollte meine Frau nicht verlassen, das Barsch. Gott, ich brauche es. Komm schon mal, so ich kann noch mal aufhören. Ich bin ein Follower of Faschen. Nicht auf deine Nelly. Oh, es ist das. 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 Untertitelung. BR 2018 God, I am sexy. Perhaps I should go back to my first love, charming and countenance. God, I need another diet pill prescription. I wonder if it's true what I say about you all. What is it? Now, where the hell did I leave my golden gone? I'm the happy hooker. And nobody suspects a thing. None of the other bobbies like me. How is anybody supposed to take the Labour Party seriously? I mean, really. It's got Labour right in the name. Some of them are famous for our children. If only they'd give me a gun. I'll take good care of it. I swear on them. Maybe I should just chuck the spy racket and go back to my first love. Competitive gardening. Nothing like a handful of... But what the hell is this? Is he dead before? Is he dead? Oh, maybe so. I don't see that. 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 What is that? Some sort of teacup saucer thingy. No. You screw with the wrong bobbies. I don't see. Need no way out. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Arisa ist bald am Regstorben GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR So schlecht, wenn der mich überall rumbeiräumt. So schlecht, wenn ich das mache, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich mache. Achso, lol. Okay, ich dachte schon wieder, du hast irgendwas bei wem... Admin's Kalender oder so. Da gewonnen. Wobei es mich dann eigentlich wundert, dass sie dich über Twitter anschreiben, aber ja. Ja. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, mission complete Ja, theoretisch noch drei Kult und zwei Nebenjobs Ah, das gehört wahrscheinlich mit den Zellen oder so, oder? Weil, so prinzipiell hier sehe ich nichts mehr Na dann, gehen wir doch die Map weiter Ja gut, nachvollziehbar Ja, das geht Ja, das geht wieder irgendwas machen ja nahe sonde das soll ich wissen was das weiß geht nicht das holen passt so ja 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 Ah Oh, wobei. Schnapp-Irona, Schnapp-Irona, es ist ein. So, passt. Ja, ja, ihr habt einen sehr englischen Kündig gehabt, dass sie das so machen wollen. Was? Schnapp-Irona? Was ist denn hier oder was? Ah ja. Das war's, aber das geht. Das war's, aber das war's, aber das war's, aber das war's. Das war's, aber das war's, aber das war's. Das war's, aber das war's, aber das war's, aber das war's. Oh, ist auch fertig. Uh, das war's Ninja, Laser Ninja. Das war's, aber das war's. Uh-huh. 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 Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi! Achso, die werden ja gar nicht mehr aussehen. Ich bin die Lichter! Du solltest keine andere Lichter bevor ich! Das bedeutet, dass die Lichter werden muss. Well done, son of Archvogel! You're a champion worthy of my favor! Oh, Bost. Natalia. Hey, Cheryl, wait, I need in and use some Kree-Lock-Lock-Morten. I can't run so fast! My legs pretty short! I hope the police will rid the Takashima City of those horrid KGB-Agents! They smell like Beats! Ah. So, nochmal aufpassen, wo ich hier weiße Ninjas finde. Ninja! Ah. Also, wie viel geht's denn hier eigentlich? Ah. Sehnerlich. Ah. Ah. Oh! Wie ist hier? Vermittliche Hier oben bin ich Ja, das war's, gesperrt, ja. Bei Hand und Mac-Adresse über Linux. Also prinzipiell, kannst du ja mit dem Handy oder so einloggen, oder mit dem Notebook. Weil sonst kann ich denen das sagen, dass du ein Linux Notebook hast, na? Und die soll ich dafür freischalten. Na, das ist auch für Playstation. Playstation mit. Da sind die. Die weißen Ninjas. Zen Temple. Ja, da war's, olha. Ja. t Was hast du denn? Achso, ok. Na gut, ja dann ja. Mein Handy aufs Wort geht auch sehr gut. Ja, da sind ja bisher nie Probleme. Ich müsste mir jetzt mal ja, das war meine Schilder bis abreden. Das ist mein Schilder. Ah, ist der Teil, der immer Stress anfangen muss hier. Jedes Mal das Lächeln mit der. Ach nö, das ist schon die Scheiße, oder? Also hell would not go in this tovarese. Nude flesh, Krypto. I don't have another clone body. Oh, that was a close one. I wasn't sure we were going to make it. Thanks for the help, товарищ. Oh, 6 Hauptmissionen, 4 Kult, 7 Nebenjobs. Aha, okay. 8 Landezonen. Ah, nur eine Gen-Mission, das ist auch schon durch. We're going to die Landezone. Ich hatte da immer mit dem Handy, was hatte ich denn da? Nach Typ 2, glaube ich, war's. Aber Elder Scrolls Online habe ich inzwischen gespielt. Da alle mit. Geht. Äh? Ah ja. Ja, noch praktischer. Ja, ob das so geplant war, dass die da schon stehen hier. Ach so, ja gut, das hatte ich ja in dem Fall nicht. Ne. Da war ja Tone aus und alles drum und dran, ne. Und der mit dem ich zusammengezockt hatte, gerade bei Elder Scrolls Online saß rechts neben mir, in der Arbeit. Also, da wollte ich ja nicht mit dem über Playstation lauern, ne. Hä? Ja. 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 Männlichen Stadtbewohner. Männlich KGB. So geht, so geht. Ich glaube, wir müssen jetzt haben. Da oben ist auch nochmal eins. Wow. Das sind die Missionen. Ah. Das ist wieder von England. Okay, klar. Da habe ich keine mehr übrig. Schade. Männlich KGB. War ja irgendwo da oben hier. Am zweiten Kreisel da. Stapel, woher noch? Na, weil nur Missionen machen sie ja. Jetzt ist es natürlich nicht schade. Männlich KGB. Nö. Missionen. Ah. Da ist gerade gewehen. Ich nehme mal ein paar mit. Gesteigerte Extraktion. Einmal noch. Einmal noch. Oh, alles klar. Aber hier haben wir es dann eh alle. Ich glaube, ich spiele ja immer abends. Ich glaube, es ist ja normalerweise. Aber das ist doch klar, wenn du unterwegs bist. Aber es geht aber aus dem. Da haben wir ja auch schon oft gehabt. Wo einer ja nicht mit in der Party war, sondern nur im Stream. Außer das ist die Wunden-Delay. Aber im Normalfall sei. Er spricht nur mit Männern. Was ist das für einer? Vielleicht ist man ja auch männlich. Oh, das ist das für eine Wunderschöne. I am so afraid for new car-san. He all alone in the street. Terrible disgrace to family if anything happened to new car on the first day. You kidding, right? Oh, I love you, car-san. Attack! Maybe one day, I have a car like that. Oh! Oh! You're right! Oh! They're not a normal Fußgänger. Hm. Right. That's right. Yeah. They're in the partnership. They're bösgeil. They did it with Discord. I think they're so, 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 so. Versteht. 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 Ups. Hehehe. Grrrr. Die Mission hier mal. Oh, das bin ich aber eh schon da. Ich hätte einmal noch fix den Flugpunkt wollen. Ja, 20, so ein 20 halt, ne? Hehehehe. Ist halt, jo. So, nur bis leh. Halt. Hätte immer grad so, äh, Mai, Juni oder so, schätze ich mal. Ich bin mir gar nicht schneller. Ich bin mir gar nicht schneller. All the way down. Follow me. Hast there any implement, which might relieve this deep inner blockage? Duh, Brains! Do I have to draw you a map? Schmerbark, Voodoo. Ich hab ein... Wie soll ich sagen? Ich habe ein Blockage. Es ist wirklich ein wechslungsvolles Schuss. Pulser und Throbs tief in die... Oh, ich bin wirklich tief. All the way down, follow me. Ist da noch ein Implement, das diese tiefen inneren Blockage riechen könnte? Oh, Brains, muss ich dir eine Mappe geben? Ah, nee. Ich habe eine Blockage. Es ist wirklich ein wechslungsvolles Schuss. Es riecht und Throbs tief in mich. Oh, ich meine, wirklich tief. Halt, Benny, Block! Ja, lieber so eine A-Vision. Ich habe das, was ich sage. Ich habe das, was ich dabei habe. Ich habe das, was ich geimpft habe. Ich bin ein Arzt, bin ein von meinen Dicken-Dissen und Gefängnis. Ich bin ein Wachleiter. Ja, wir gewinnen haben nach einem Verzügel. Und bis zumSZ останst du viel dankbar. Ich habe ein Klipisch aus dem Amplitudinal Modulation Receiver. Das heißt, eine Radiusz. Ich genieue an die Erfolge. Das heißt, es ist ein Radiusz. So, alle klar. Ähm, wir wollen das auch noch machen, weil, äh, was ist hier? Dafür ist das Spiel aus 2D installieren und jetzt wieder neu installieren, okay. Ja, und es gibt stellenweise Sinn, dass wir das so machen müssen. Das war immer meistens ärgerlich für die ganzen Leute, aber ich meine, heutzutage, wie lange braucht das Spiel zum installieren? 5 Minuten? Ja, äh, ja. Da ist halt was, was richtig tief reingreift, dass es dann komplett deinstalliert und neu installiert werden muss. Könnte sein. Ich bin mir klar, wenn das so rauskommt, ich habe das noch hier liegen. Hau ich's halt wieder runter, mach's neu. Ja, gleich wieder da. Ja, C-Ti-edo. Ja, T-Ti-edo einegi. Wie Data Investitionen. Ja. Vielen Dank. 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 Ah, wenn es kleiner wird, ist natürlich auch nicht schlecht. Das sind ja jetzt, was waren das hier sicher, 47 Gigabyte oder so, wie die ganzen Patches. Nein, danke euch. Uh... Oh, man. Oh, man. Okay. 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 Und ich habe... Okay. Ich habe... Okay. Und... Okay. 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 Da sind ja die da. Ja nicht so, was du veränderst als Skeletten. Nein, das war's dann. Das war's dann. Hier I am. Through where the Trailer is there, who is in Hatte in the sick. Are you aware? In the middle? Through what off. Being the result. Huh. You toddler imposter. Now you die. And if you truth your article, you will return and try again. But I doubt it. Aha. Man, I miss you a bad. Hahaha. If you come out. If you come out. My turn, also. Und die Ränder weg. Und scheiß die Runde. Geil. Why heck. I through. With the Trailer is you then. Who was? Uh, incorrect. Hey, attempt. It ain't the wrong. And the secret. Ira, you are wrong. By where? Uh. Uh, so. Uh, 5. Come out. Then we do. They gain. Okay. What oh. Here? Incorrect. So, Resultaten und coe... Och, Bäh... Hmm. Da ist es da. Warum haben wir immer noch Angst? Wir haben so viel in common, du und ich. Da ist es nicht so, dass ich dir meine Lieblingsbewegung habe. Du bist ein Passagier. Ja, warum? Ah, true. Well, Thrifttron, perhaps if you did, who was b- I know, Lucky Get you lots of pay-a-ten. Rainer Roar, and the hit secret. I know they did in our silence. Fine. Where Agent Orangeoff? Duh, hooray, ah. Come on, then riddle me this. Duh. They, true. Out, what, oh. Das war's an Icht. Ah, ha. Human. So, Results Conclusion. You, toddler-imposter! Now you die! And if you prove, Thuron, you will return and try again! But I doubt it! But I doubt it! Let's see what happened this year. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. You, toddler-imposter! I'm not going to die! Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. What? Where? What? Tunnelnetz? Ah. Come on, then riddle me this. What? They get... Hmm. Okay. What organization? Ja, das war falsch. Ah ja, jetzt passt es. Ja, ich glaube, ich würde es dir linken. Was? Falsch. Shoot for something more realistic. Oh, I don't know if I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm not afraid of death. But on whole, I would rather avoid it. Get a move on, furan lord. Oh my god. Hm. It was so. We give you... There's a mothership fragment nearby. Oh, goody. Check your radar. Ionenfetzer. Hm. Oh no, a mission. Na dann. Ah. Momently. In a one room with one. I am sent shot. What does one of a poot of a stifle? I'm not in shi-de-fuh-an-pike-dub. I don't speak nothing, no. I'm not in shi-de-fuh-an-pike-dub. I'm not in shi-de-fuh. Yes, I'm your son. I'm not... I'm not... I'm not... I'm not... I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Oh, man. Ehhh... Eh? Ah, out there. Ah, out there. Ah, that's not a trashy thing here. Ah, that's not a trashy thing here. Ah, that's not a trashy thing here. Ah, that's not. It's the trashy thing. It's REALLY loose. Wait. Ah, go where do you believe that the man should go? That's notarm his stock plan, no. Ah... 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 Ah. ain't is just a stamp at this man, We have a report of flying saucer. So, wenn ich da am ziemlichsten landen. Was ist das für ein Arsch? Dann halt doch da einen. Na auch. Zaschimi Village. Oh man, schlecht. 12 Uhr zurück. Die halt auch noch. Die halt auch noch. Ah! Die halt auch noch. 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 Hm. They are not fit to be ninja. I hate this time of day. Handle him roughly. I hate this time of day. Do we have it now? Well, of course. Oh, I'm done. Meet it. Bye. Dr. Go, no man. Get mad at me! Come on, baby! Come on, boy, man! Oh, yeah. I know. I'll do it right now. I'll get it. Okay. Amuse thy languid furan god. Snap my idol with bolts of electricity. Attend the holy syllables of the great arch of- My waning joie de vivre is rekindled. Landing zone activated. Bust. Upon the fire. This is too petty. Why... Theorters have caught the treball. Ach. Naja. Nächste Wurfts können wir durch das Shoppen gehen, ja. Mein Name ist Juhle. Wut? Ya. Ja. Ja. Und. Ja. Nein! Perhaps I did not make myself co- Oh my God. I can be making you- ...disappear. Keiru KGB! I knew I shouldn't prepare the weird the moment I put my life in the hands of a Furon. Kommt der? Kommt der? Kör, Kör, Kör! Kör, Kör! Mentschau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die sind dann wie echt komisch. Ah ok, so geht's. Oh, hier war eine gute Sache, ja. Wie lange hast du den Ball vorbeiratet? 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 Das ist schon ok? Ja gut, ich sag aber auch nichts, das passt doch. Wie lange hast du den Ball vorbeiratet? Das ist ja ok. Echt jetzt? Wie lange hast du den Ball vorbeiratet? 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 Wo sind die alle? Ah, da kommen sie ja. Nein! Ups. Oh nein! Wie lange hast du den Ball vorbeiratet? 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 Ja, bitte. Centuries of history reduced to rubble, all for revenge. Worms and cockles are your harm. I've spotted a weapon Daticore near your position. I'll slap it up on your radar. Ah, der Korps ist immer gut. So, nehmen wir den 1. Ah, nehmen wir den 1. Das Gastel war der Hausmeister des Mutterschiffs, in dem er sich in den Infanteriegeschütz geladen hat. Aha. Scheiße. Ja. Und weg. So, weit gehen wir den dann mal shoppen hier. Aber immer noch nicht. Jetzt haben wir schon. Na doch, da brauchst du die meisten Dinger hier auf Maximum. Ja komm, meine Schilder nochmal. Naja, so. Noch irgendwas. Ziel haben wir schon. So, löw. 2 und 6. Naja. Oh ne, das war aber so. Da ist immer das beste hier. Memory Card PS2. Immer wieder gut. So, das wird jetzt an der Stelle, dass sie gut sein. Dann machen wir hier da extra Skiller. Ah, ja. Mal dann hier morgen, beziehungsweise heute, heute früh mit Marvel Avengers Spider. Und dann morgen Abend genauso. Also heute Abend. Genauso, dass heute gut was vorangehen. Ja. Weil viel fehlt ja jetzt nimmer. Ah. 497. Dann haben wir ja gerade das hier. 498. Ja. Godfall. Könnte theoretisch auch noch relativ schnell gehen. Eventuell. Äh. Ja. Muss mal gucken, ja. Ich schätze mal hier danach noch Control. Alles fixe Platin. Dann passt auf jeden Fall. Weil dann kann ich Double Platin holen bei Avengers. Da hab ich mir wundert. Wäre ja auch ne Idee. Ja. Zweiter haben wir trotzdem wieder. Danke fürs Zuschauen. Ja. Meine CD-Fall wieder 1, 2, 3, 4, 5 Trophys. Wie gesagt, bei dem Spiel halt. Kommen die meisten. Falsch. Kommen die meisten dann nach dem. Äh. Nach der Story. Wenn man alles freigeschalten hat. Und alles einsammeln kann. Und dann hier. Ja. Ja. Sowas macht. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch gut sechle. Schönen Abend noch. Und dann halt, wenn ihr wollt. Bis morgen früh. Also heute früh. Mit Marvel Avengers. Ja. Bis dann. Gut sechle euch. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö